Ja, hi und willkommen beim neuen Unboxing-Video von Spielpirat.de. Heute geht es um den Rocks Rafa BB78. Dieser Metal Masters Bay, ein Verteidigungstyp, sehr oft gewünscht, dass ich den mal als Unboxing-Video mache. Gerne. Heute ist es soweit. Es ist ein Verteidigungstyp, wie man auch sehen kann, sehr sehr stark. Ich bin auch sehr gespannt auf das Spin-Track und deren Eigenschaften. Darauf werden wir nachher noch genauer eingehen. Und würde ich sagen, zögern wir nicht lange und entpacken gleich mal diesen wunderschönen Bay. So, ich hoffe, dass ich jetzt da einige Herzen doch höher schlagen lasse, wenn wir diesen wunderschönen Bay auch entpacken hier und anzeigen. Auch hier würde ich vorschlagen, der Online-Code. Manch einer möchte ja für BeybladeBattles.com einen Online-Code haben. Den werde ich auch wieder verlosen. Ich werde anfangen, die besten Kommentare zu küren für die ersten Unboxing-Videos gegen Mitte, Ende der Woche. Also in den nächsten 1, 2, 3 Tagen. Da habt ihr noch Zeit. Ich brauche euch ein paar kreative Kommentare, lustige Kommentare. Gründe, warum ich genau euch diesen Online-Code geben sollte. mir reinzuschreiben. Ich freue mich sehr und bin gespannt, wie kreativ und einstürzreich ihr seid. Dann packen wir erst mal alles aus. Im Hintergrund haben wir unser neues Bay Stadium, das Bolt Blast Bay Stadium, wie aus unserem anderen Video schon bekannt ist. Fangen wir doch einfach mal an. Hier oben mit der Facebolt vom Rock zu Rafa. So. Ein wunderschönes Logo. Symbol auf unserem Facebolt. Das Facebolt an und für sich ist in einem Lichtgrau gehalten. transparent und hat ein grünes Symbol drauf. Dann haben wir den Energy Ring. Der ist in einem Gelb. Transparent. Ist noch schärfer, genau. Mit orangefarbenen Flammen. Hat schon eine sehr interessante Form. Klar, Verteidigungstyp, also keine starken Ausprägungen nach oben hin. Wie man sieht, relativ flach. Und dann kommen wir zum uns allen Bekannten, gerade aus Metal Fusion. Das Rock Fusion Wheel. Hier auch schön, noch in glänzender Farbe. Die lassen sich ja doch relativ leicht abgreifen, sodass sie dann irgendwann so ein bisschen unschön aussehen. Also wenn jemand einen Trick hat, wie man diese Fusion Wheels wieder so glanzvoll hinbekommt, einfach Bescheid sagen. Wir werden darüber ein Video drehen. Hier haben wir ein wunderschönes SpinTrack. Und zwar das R145. Bestehend aus zwei Teilen. Haben wir hier einmal den Plastikkern, wie man so sehen kann. Ich muss mal scharf stellen. Der auch, ich sag mal, das Gewinde mit drin hat und auch die Vorrichtung, um die Performance-Tipp, um das noch scharf, darauf zu schrauben. Das ist ein bisschen schwierig bei so einem großen SpinTrack, das 100% scharf zu stellen. Auch gerade wegen dem orangefarbenen, was so ein bisschen reflektiert. Ich nehme das mal auseinander. So, gucken wir uns den ersten Teil an. Vielleicht geht es jetzt ja so besser. Ja, das geht es besser. Alles klar. So, der hat jetzt keine großen Eigenschaften, außer, dass er das zweite Stück wunderbar festhält. Und das zweite Stück ist Rubber. Also sprich, hier haben wir ein flexibleres Material, wie man sieht. Ja, hat eine sehr, sehr gute Grip-Eigenschaft. Und laut der Serie von Metal Masters absorbiert gerade dieses Gummi halt auch sehr, sehr viele Schläge. Und hat dadurch natürlich eine extrem gute Abwehr-Eigenschaft, Verteidigungseigenschaft. So, stecken wir das da einfach mal wieder drauf. Ach seht, da gucken wir. Man kann es auch falsch machen. Hier haben wir die Vorrichtung. Man muss es also auch genau richtig draufstecken. Sonst man loost man ab, genau wie ich in dem Moment. So, und hier haben wir eine neue White Ball, die wir ja zuletzt nur kannten von Rocklion aus Metal Fusion. Und die haben ein anderes Design bekommen, die White Balls. Wie man hier so sieht, man erhöhten Steg. Also einen breiteren Steg vor allen Dingen. So, ein bisschen schärfer. Genau. Alles klar. Bauen wir doch einfach mal dieses Bär erfolgreich zusammen. Mal gucken, ob der Fertige hier aussieht. Oder aussehen mag. Mensch Leute, was habe ich vergessen? Fällt es euch auf? Ja. Das Zubehörteil aufzumachen. Sonst würde das schlecht mit dem Richter festziehen. Setzt alles bombig. Hier nochmal ein Tipp drauf. Ein bisschen andrehen. Klack. Setzt hier alles fest. Perfekt. Schauen wir uns das fertige Bey mal an. Joa, finde ich auch keine Aufklärer mehr. Aber Zura verzieht so richtig geil aus. Meines Erachtens. Joa, nicht echt so hoch. Aber, wie man hier sehen kann, sehr, sehr gute Verteidigungseigenschaften. Ist echt schwierig, das so richtig scharf zu stellen. Mit diesem reflektierenden Rantoon war. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Okay. Zubehörset. Mal was ganz Neues. Zwei unterschiedliche Farben in einem Ripcote Launcher Set. Das ist ja mal der Wahnsinn, ja. Da erzähle ich noch, dass jeder sein eigenes Farbdesign hat. Hat es ja auch. Aber da hat man hier so einen Erbsenkotzgrün. Mal auf den Punkt zu bringen. Und so einen Orange. Na gut. Der Schmack ist was anderes. Gucken wir uns nochmal das Aufkleber-Set an. Hier in dem schicken Grün. Und im Zacken-Muster. Genau. Muss man aber nicht mehr draufkleben. Und dann möchte ich euch nochmal verablicht zu unserem Board-Blast-Based-Stadium zeigen, wie der Rocks-Raver hier im Stadion abgeht. Das war mit. 3, 2, 1. Let it roll. So. Man sieht halt ein Verteidigungstyp. Sehr, sehr ruhig. Ausdauernd im Gleichgewicht. Nutzt auf jeden Fall die neuen Strudel-Eigenschaften. Hat sich jetzt aus dem Strudel rausgezogen und genau auf den Mittelpunkt gerichtet. Und verhält sich sehr ruhig. So. Zeit auf was hinzuweisen. Also ich freue mich erstens auf wirklich kreative Kommentare für den Online-Code. Den werde ich für dieses Video, denke ich mal Mitte nächster Woche, also sieben Tage natürlich immer Zeit, verlosen und bekannt geben auf der Kommentarseite. Und was mich freuen würde, Daumen hoch. Ja. Also wenn es euch gefallen hat. Zweitens empfiehlt es weiter. So vielen Leuten wie es geht. Abonniert mich, wenn ihr könnt. Das wäre klasse. Schaut euch unsere anderen Videos an. Richtig. Wir werden auf jeden Fall versuchen, jeden Tag wieder ein neues Video rauszubringen. Kontaktiert uns auf Facebook. Da wäre der Link facebook.spielpirat.de Und wenn ihr den Rocks Rafa woanders jetzt nicht kriegt, könnt ihr ihn auch gerne bei uns kaufen unter www.spielpirat.de Wir werden auch da die Einzelteile verkaufen. Das heißt, wenn ihr ergänzend nur Teile, meinetwegen auch das Spin-Track haben wollt, kriegt ihr das dann auch die Tage bei uns auf unserer Seite. Und wenn euch was Kreatives, Lustiges einfällt, schreibt es mir. Wenn euch was nicht gefällt, private Nachricht reicht auch raus. Wäre schön, wenn ich von euch mal was Positives wieder zurückkriege. Und ich freue mich schon auf die nächsten Unboxing-Videos. Ich werde sie euch gerne reinstellen. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn die Daumen hoch gehen und wir im Verhältnis nur wenige Hater haben. Also bis dahin, euer Team Spielpirat.de